So, ich begrüße euch zurück. Das ist das Chapter 13. Servus zusammen. Alles klar, wir sind weiter tief in unserer Diskussion von DMD Art fortgeschritten. Was uns das gebracht hat, ist eine neue Repräsentation von Listen in der Reppe, Quoting, um endlich die Repräsentation von Programmen wie Datenstrukturen behandeln zu können, und Symbole, um irgendwie eine neue Signatur in der Hand zu haben, die uns erlaubt, Identifier zu repräsentieren. Was wir dann anstellen können, ist aber eigentlich das Spannendste in diesem ganzen Kapitel. Genau an der Stelle möchte ich jetzt hier weitermachen. Wir schalten zurück auf die Folien und was wir da finden, ist tatsächlich die erste Folie zum Lambda-Kalkül. Den, den wir schon so oft in der Vorlesung erwähnt haben, den wir eigentlich schon seit dem ersten Mal, seitdem wir uns das erste Mal zusammengefunden haben, benutzt haben. Jetzt kehren wir die Internas von Racket mal so richtig nach außen und machen uns die so richtig zu eigen und erlangen da auch wirklich tatsächlich selber Kontrolle drüber. Okay, der Lambda-Kalkül ist wirklich ein theoretischer Unterbau unter Programmiersprachen und ist ein besonders guter theoretischer Unterbau für Programmiersprachen, weil er eine Notation darstellt, die wirklich jede, jede beliebige, okay, ich habe es hier extra kursiv gesetzt, aber kursiv reicht eigentlich nicht. Eigentlich müsste das Ding blinkend sein und unterstrichen. Eine Notation, die mir beliebige berechenbaren Funktionen irgendwie darstellen kann. Berechenbar heißt an der Stelle, eine Funktion, die sowieso irgendwie von einem Computer, so wie wir ihn kennen und wie er jetzt gerade irgendwie läuft, irgendwie auswertbar und implementierbar ist. Jede solche Funktion, jede lässt sich durch den Lambda-Kalkül darstellen, was sehr, sehr erstaunlich ist, wenn wir erstmal uns anschauen, wie einfach, wie super einfach dieser Lambda-Kalkül ist. Okay, es ist eine Möglichkeit, wirklich auch beliebig komplexe Berechnungen auf eine sehr einfache Notation runterzudrücken und klar, wenn die Notation einfach ist, dann folgt sie einfachen Regeln. Wenn die Regeln einfach sind, dann kann man sie irgendwie leicht formal begreifen, kann darüber irgendwie mathematische Gesetzmäßigkeiten irgendwie aufstellen oder entdecken. Es ist einfach eine ganz, ganz wunderbare Sache. Okay, es ist eine neue Notation, aber neue Notationen machen uns an der Stelle keine Angst mehr, weil wir jetzt Quoting an der Hand haben. Mit Quoting haben wir die Möglichkeit, die Repräsentation von Ausdrucken selber in die Hand zu nehmen und dann nach unseren eigenen Regeln irgendwie zu entscheiden. Bist du ein gültiger Ausdruck des Lambda-Kalküls zum Beispiel? Was sind die Auswertungsregeln für dich? Die Auswertungsregeln des Lambda-Kalküls zum Beispiel? All das werden wir in diesem Chapman irgendwie nachbauen. Es ist irgendwie ziemlich erstaunlich, dass der Lambda-Kalkül eine wirklich alte Geschichte ist. In der Zwischenzeit 90 Jahre alt. Das ist nämlich in den 1930er Jahren irgendwie entwickelt worden. In einer Zeit, in der irgendwie ein Computer, wie ich ihn jetzt hier gerade in die Hand nehmen kann, überhaupt irgendwie noch gar nicht denkbar war. Okay, trotzdem wurde damals schon an einem Berechnungsmodell für Programme gearbeitet, das heute immer noch alle Programme tragen kann, die man irgendwie auf einem modernen Rechner implementieren kann. Ich denke, das ist relativ erstaunlich. Man muss zugeben, der Lambda-Kalkül wurde von Anfang an nicht gebaut als wirklich Repräsentation von Programmiersprachen, die es damals einfach noch nicht gab, sondern damit sollte nicht weniger als ein komplett neues Fundament eingezogen werden als Unterbau unter der Mathematik. Okay, also Alonso Church, der Kollege, dem wir den Lambda-Kalkül zu verdanken haben. Eine von vielen, er ist wirklich der Vater des Lambda-Kalküls und viele haben auf seinen Schultern gestanden und haben wie die ganze Sache weitergetrieben. Okay, Alonso Church hatte vor, tatsächlich ein völlig neues Fundament für sämtliche Mathematik zu konstruieren. Leider sind die Mathematiker damals nicht so besonders darauf eingestiegen und haben stattdessen an ihrer axiomatischen Mengenlehre festgehalten. Selbst schuld, sage ich nur. Also haben sich die Informatiker den Lambda-Kalkül gegriffen und ihn für ihre Zwecke eingesetzt, eben als theoretischen Unterbau von Programmiersprachen, von funktionalen Programmiersprachen, aber eigentlich von jeglichen Programmiersprachen da draußen. Okay, wer den Lambda-Kalkül gut versteht, versteht Programmierung, Aspekte der Programmierung und Programmierung allgemein besser. Punkt. Alonso Church hat das damals schon gedacht, als er gesagt hat, Mensch, die Mathematiker wollen mein Ding nicht haben, den Lambda-Kalkül. Macht nichts. Ja, der Lambda-Kalkül wird wahrscheinlich noch mehr Einsatzmöglichkeiten haben, als ihn einfach nur in der mathematischen Logik irgendwie zum Fliegen zu bringen. Und boy, hast du recht gehabt. Okay, das ganze Ding trägt einen ganzen Teilbranche, einen ganzen Zweig der Informatik und ist überhaupt gar nicht mehr aus der Informatik wegzudenken. Dass wir dem Ganzen hier nur so ein paar Videos spendieren und einfach nur ganz hinten das im Chapter 13 Informatik 1 behandeln, ist eigentlich fast eine Schande. Gott sei Dank gibt es extra Vorlesungen über funktionale Programmiersprachen. Es gibt extra Vorlesungen über den Lambda-Kalkül hier am Fachbereich Informatik. Greift euch das Zeug, hört es euch an. Es gehört echt zu einem fundamentalen Baustein der ganzen Informatik. Okay, außerdem treiben sich im Bereich Lambda-Kalkül die coolsten Kollegen und Kolleginnen rum. Einen habe ich hier mal mitgebracht. Kleinen Moment mal. Da muss ich mal kurz hier umschalten. Ja, genau. Den, den wir hier im Bild sehen, das ist Phil Wardler oder Philipp Wardler von der University of Edinburgh. Das ist der mit der Technik Turning Failure into a List of Successes. Von dem haben wir schon mal gehört. Der ist übrigens auch einer der Kollegen, die wirklich tief den Lambda-Kalkül verstehen und wie hier auf den Lambda-Tagen, auf den Lambda-Days 2016 auf Werbetour gehen für den Lambda-Kalkül. Mal reinschauen, was Phil zu sagen hat. Lambda-Days, tatsächlich. So sieht es übrigens in dem Hörsaal aus, falls ihr das noch nie gesehen habt. Alles klar. Okay, ist einfach nur traurig. Gut, sauber. Da sind wir zurück. Bei Lorenzo Church und dem Lambda-Kalkül. Okay, lasst uns mal schauen, wie diese universelle Programmiersprache, die unter allen anderen Programmiersprachen eigentlich lebt, wie die tatsächlich aussieht. Sie ist so kompakt, dass sie eigentlich auf eine Hälfte einer Folie passt. Und zwar hier auf die Folie 6 in unserem Foliensatz. Was ist die Syntax des Lambda-Kalküls? Wie sehen die Lambda-Kalkülprogramme, die man schreiben kann, eigentlich aus? Okay. Auch der Lambda-Kalkül ist eine ausdrucksorientierte Programmiersprache, genau wie es Racket einer ist. Das heißt, wir werden definieren, wie die Menge der gültigen Ausdrücke, der gültigen Ausdrücke E, E wie Expressions im Lambda-Kalkül aussieht. Und das lässt sich sehr, sehr einfach machen, wenn wir uns einfach eine rekursive Definition dieser Ausdrücke irgendwie hernehmen. Okay. Was wir noch brauchen, ist einfach eine Menge V von unendlich vielen Variablen Namen. Identifier, Symbolen, die wir uns greifen können. Okay. Die gibt es in Racket sowieso. Jeder von euch greift sich ein Element aus dieser Menge V, indem man sich einfach einen Identifier ausdenkt nach den syntaktischen Regeln von Racket. Im Lambda-Kalkül ist das nicht viel anders. Wir werden uns einfach eine Menge V von gültigen Variablen Namen hernehmen. Und immer, wenn wir eine Variable benutzen wollen, vielleicht eine neue Variable, greifen wir in V rein und greifen uns da einen neuen Identifier raus. Wenn wir das machen können, dann steht hier in diesen drei Regeln, steht schon beschrieben, wie sich alle gültigen Ausdrücke im Lambda-Kalkül irgendwie konstruieren lassen. Das Ganze besteht nämlich nur aus Variablen, okay, aus der Applikation, also der Anwendung von Funktionen auf Argumente und aus Abstraktionen. Lambda-Abstraktion kennen wir auch schon fast seit der ersten Stunde, als wir die Informatik 1 angestoßen haben. Good News also, wir würden an der Stelle irgendwie kein großes neues Fass aufmachen. Wir werden uns an der Stelle bloß eigentlich noch weiter reduzieren. Okay, also Variablen, ich greife mir so eine Variable hier aus der Menge der gültigen Variablen Namen, okay, dann ist das tatsächlich schon ein gültiger Ausdruck. Also einfach nur so ein Variablen Name, das ist schon ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül, okay. Oder ich nehme mir zwei Ausdrücke aus dem Lambda-Kalkül, die bereits irgendwie schon zu den Expressions E gehören. Da kommt die Rekursion rein. Wir definieren gerade E und definieren hier einen komplexeren Art von Ausdruck, nämlich die Applikation. Aber wenn ich auf die Teilausdrücke E1 und E2 gucke, dann sind das tatsächlich kleinere, schon bereits als Expressions identifizierte Teilausdrücke. Okay, also du gibst mir irgendwie zwei Teilausdrücke, E1 und E2, dann kann ich die einfach hier so in runden Klammern zusammenfassen. Okay, runde Klammern, alles klar. Vorne schreibe ich die Funktion hin, hinten schreibe ich das Argument hin. Das ist die Anwendung dieser Funktion auf das Argument, wie wir es schon seit der ersten Stunde in Rekord irgendwie notiert haben. An der Stelle sind Rekord mit seiner syntaktischen Notation und der Lambda-Kalkül sich sehr, sehr nahe. Okay, also diese Applikation, das wäre dann auch ein gültiger Ausdruck. Letzte Form ist die Abstraktion, die Lambda-Abstraktion. Okay, also eigentlich die Definition einer Funktion mit einem Parameter. Okay, wie wird das gemacht? Ja, ich nehme mir einen Namen für diesen Parameter, nehme ich mir aus der Menge der Variablen Namen her. Dann nehme ich mir noch einen Body, einen Rumpf für die Funktion her und stelle das so zu einem syntaktisch korrekten Ausdruck im Lambda-Kalkül zusammen. Das Ganze beginnt mit einem Lambda. Okay, also hier tatsächlich mit dem Symbol Lambda in der ursprünglichen Notation. Das Lambda-Kalkül, ihr wisst, wo das Lambda herkommt. Wir hatten darüber gesprochen am Anfang der Vorlesung. In Racket kann das normalerweise als das Sechszeichenwort L-A-M-B-D-A notiert werden, aber auch, wie einige von euch schon auch auf den Übungsblättern gemacht haben, hier dieses Unicode-Symbol Lambda. Okay, ja, dann kommt dahinter direkt der Variablen Name und der wird dann durch einen Punkt abgetrennt vom Rumpf. Das hier ist wieder ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül. Und eingefasst das Ganze in runde Klammern. Das ist die Syntax für eine Lambda-Abstraktion. Überhaupt nichts Neues an der Stelle. Okay, weil jede Lambda-Abstraktion hier genau nur über einen Parameter abstrahiert, über genau eine Variable abstrahiert, brauchen wir an der Stelle irgendwie keine weiteren Klammern oder irgendwie sowas. Wir trennen einfach nur den Variablen Namen durch einen Punkt hier von dem Rumpf. Das ist eine etwas syntaktisch leichtere Notation, als irgendwie noch weitere Klammerpaare aufzumachen. Das ist Lambda-Abstraktion und wie das zu interpretieren ist, steht genau hier drunter. Genau die Interpretation, die ihr gerade im Kopf habt, ist genau die richtige an der Stelle. Das ist die Syntax des Lambda-Kalküls. Es gibt keine anderen. Es gibt keine anderen Arten und Weisen im Lambda-Kalkül Ausdrücke zu notieren. Okay, und trotzdem ist diese Notation stark genug, um jegliche berechenbare Funktionen da draußen irgendwie darzustellen. Alles klar. Das hier aber ist nur die Syntax des Lambda-Kalküls. Das sind die korrekt geformten Ausdrücke im Lambda-Kalkül. Eine Semantik, eine Bedeutung steckt überhaupt noch nicht dahinter. Klar, mit dem Rumpf hier und Parameter oder Du bist Funktion und Du bist Argument, deute ich an der Stelle schon meine Intention an, wie diese einzelnen Teilausdrücke jeweils in diesen Lambda-Ausdrücken zu interpretieren sind. Aber wie das genau formal vor sich geht, was bedeutet es, dass ein Parameter aus einem Rumpf abstrahiert wird und so weiter. Eine echte Bedeutung für die Dinger, die müssen wir noch aufprägen. Das kommt in einem zweiten Schritt. Das ist übrigens ganz typisch für die Definition von Programmiersprachen. Syntax und Semantik werden streng getrennt. Okay. Alles klar. Das hier ist die Syntax. Mehr gibt es an der Stelle einfach nicht zu sagen. Alles klar. Ganz hervorragend. Lass uns mal eine Folie weiterblättern. Da sehen wir ein paar Beispiele dafür, wie so Ausdrücke oder Programme im Lambda-Kalkül tatsächlich aussehen können. Also Beispiel für syntaktisch korrekte Ausdrücke des Lambda-Kalküls. Was die bedeuten oder wahrscheinlich nachher bedeuten sollen, das steht hier. Das steht hier rechts vom Strich. Okay. Das ist die Welt der Semantik, die wir dem Ganzen wahrscheinlich aufprägen werden. Hier links vom Strich. Das ist die Welt der Syntax. Hier geht es nur darum, dass tatsächlich aus Zeichen korrekt geformte Ausdrücke sind. Und das ist erstmal nur das, was uns an der Stelle interpretiert. Zur Semantik kommen wir im gesamten Rest des Chapters 13 hier. Okay. Lass mal checken. Also hier einfach nur so ein Variablen-Name. Ja, das ist auf jeden Fall ein gültiger Ausdruck nach der allerersten Regel, die wir gerade auf Slide 6 gesehen haben. Das hier ist offensichtlich eine Lambda-Abstraktion. Also hier in runde Klammern eingefasst. Ein Lambda mit einem Identifier oder einem Variablen-Namen getrennt von einem gültigen Ausdruck im Lambda-Kalkül. Das wird der Rumpf sein. Ja, einfach nur so ein Y hier. Das ist ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül. Das Gesamte hier ist ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül. So habe ich es hier an der Stelle irgendwie angedeutet. Und ja, klar, gibt es da wahrscheinlich eine Semantik dafür, die wir im Ganzen aufprägen wollen. Das ist die Funktion, die den Parameter Y bekommt und dann hier im Body einfach nur das Y wieder zurückgibt. Das wird wohl so etwas wie die Identitätsfunktion sein. Alles klar. Hier ist eine andere Funktion, die syntaktisch fast genauso aussieht. Plus der Body sieht anders aus. Auch das wird ein gültiger Body sein. Einfach nur der Variablen-Name Z ist ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül. Damit ist das ein gültiger Body. Ja, das ist die Funktion, die irgendwie der Argument, das den Parameter Y enthält, im Body das Y geflissentlich ignoriert und uns immer hier Z zurückgibt. Okay. Das ist die Funktion, die ihr Argument ignoriert und uns immer mit Z antwortet. Alles klar. Wie sieht es hier aus? Ist das ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül? Das ist offensichtlich eine Applikation. Die ist hier in runde Klammern eingefasst. Das sind die runden Klammern hier außen. Okay. Links hier und rechts hier das Y befinden sich zwei gültige Ausdrucke im Lambda-Kalkül. Okay. Das ist offensichtlich eine Applikation dieser Funktion hier. Dieser Funktion hier auf das Argument Y. Und wie ihr sehen könnt, wenn ich hier weiter reinzoome in den Ausdruck, der die Funktion darstellt, sehe ich, dass das wieder eine Applikation ist. Das ist kein Problem, denn das ist ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül. Okay. Also, und diese Applikation wendet irgendwie das F auf das X an. Was da rauskommt, muss offensichtlich wieder eine Funktion sein, denn das wird nachher später auf das Y angewandt. Wenn sich das mal nicht nach Currying anhört, das ist genau die Notation, die wir uns eigentlich für das Currying gegriffen haben. F wird S auf X angewandt. Was da rauskommt, ist eine Funktion, die wir dann auf Y anwenden in einem zweiten Schritt. Das ist Currying. Auch sehr, sehr einfach ausdrückbar im Lambda-Kalkül. Okay. Und wir können sogar Higher Order programmieren. Das hier ist eine Higher Order Function vom Typ I, würde ich behaupten. Okay. Das hier ist ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül, denn es ist eine Lambda-Abstraktion. Hier der vordere Teil ist kein Problem. Ich habe auch den trennenden Punkt hier. Hier ist der Body. Der Body ist ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül. In diesem Fall ist es eine Applikation. Okay. F angewandt auf X. Das ist auf jeden Fall ein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül. Wo kommt das F her? Ja, das F ist ja, das ist der Parameter hier vorne. Okay. Also was wir gerade eben als Parameter empfangen haben, wird hier im Body als Funktion auf ein Argument angewandt. Okay. Also du gibst uns als Parameter eine Funktion, die wir in unserem Body anwenden, wenn das nicht Higher Order Programming ist. Bloß ausgedrückt in der einfachen Syntax des Lambda-Kalküls. Eine Higher Order Funktion vom Typ I, denn eine Funktion wird in empfangen, um sie dann später hier im Body anzuwenden. Das wären alles gültige Ausdrücke im Lambda-Kalkül. Okay. Ich habe eben gerade schon so ein bisschen darauf angedeutet, sozusagen, wo das F hier herkommt, das ist eigentlich gar kein Problem, sozusagen. Klar, das ist der Parameter. Das ist der Parameter der Funktion hier. Wenn wir diese Funktion erstmal anwenden, dann wird das F der Parameter sein, auf die wir sie angewandt haben. Okay. Damit ist die Bedeutung des F hier in dem Body schon klar. Wo kommt das X her? Das X, wer hat das X definiert? Das X steht ja einfach so vollkommen frei rum. Keine Definition für das X. Und tatsächlich ist das schon der korrekte technische Begriff für solche Xe. Okay. Ich habe hier nochmal den entsprechenden Lambda-Ausdruck, den wir uns gerade eben angeschaut haben. Den habe ich irgendwie nochmal aufgezeichnet. Okay. Und tatsächlich gibt es da zwei Arten von Variablen in gewisser Art und Weise drin. Einmal das F hier, von dem wir überhaupt gar keine Probleme haben, zu sagen, wo es denn herkommt. Es ist nämlich genau das Parameter F hier an der Stellung. Und es ist uns nachher klar, wo der Wert des F herkommt. Wenn wir die Funktion, die ich hier jetzt ganz abfahre, wenn wir die anwenden auf ein Argument, dann wird F dieses Argument sein. Damit ist der Wert von F klar. Der Wert von X muss uns von irgendwo anders gegeben werden. Oder ja, X ist an der Stelle einfach frei und undefiniert. Okay. F ist gebunden durch das Lambda. Der Wert von F wird durch das Lambda eingeführt. Okay. Der Wert von F wird gebunden werden, wenn wir diese Funktion hier anwenden. Okay. Der Wert von X ist frei. Okay. Das ist für eine Programmiersprache da draußen ein echtes Problem. Undefined Identifier X oder sowas. Solche Fehlermeldungen höre ich da schon irgendwie klingeln sozusagen. Im Lambda-Kalkül werden wir sehen, ist das an der Stelle überhaupt kein Problem. Das sind einfach Variablen, deren Wert nicht durch so ein Lambda gebunden ist. Das sind die freien Variablen. Der Unterschied zwischen den freien und gebundenen Variablen, den werden wir noch ganz genau aufschreiben. Im nächsten Kapitel werden wir uns den genau anschauen. Wir werden sogar ein Programm schreiben, das uns nachher entscheidet, was für die Variablen in so einem Ausdruck gebunden oder frei sind. Hat nämlich eine Auswirkung darauf, wie Funktionsapplikation ganz genau funktioniert im Lambda-Kalkül. Okay. Ihr könnt schon sehen, dass der Lambda-Kalkül genau wie Racket so eine sehr, sehr klammerreiche Notation irgendwie ist. Kein Wunder, dass sich über die Jahre Abkürzungen eingestellt haben, Vereinbarungen eingestellt haben. Wie ich den Klammern einsparen kann. Wie zum Beispiel hier in dem Fall, wo ich eine Curried-Function f anwende auf zwei Argumente. Erst auf x und dann auf y. Das kostet mich gleich mal vier Klammersymbole hier in diesem syntaktisch korrekten Ausdruck. Dazu gibt es die Verabredung im Lambda-Kalkül, das nur mit zwei Klammersymbolen zu notieren. Und das Currying ist implizit. Man könnte auch sagen, die Applikation assoziiert nach links. Was hiermit gemeint ist, ist in Wirklichkeit genau das hier. Was so viel bedeutet wie jede Funktion im Lambda-Kalkül kommt eigentlich in ihrer Curried-Form daher. Das hier ist eigentlich die Anwendung von f auf x. Und was da rauskommt, wird dann in einem zweiten Schritt auf y angewandt. Also genau das, was hier auf der rechten Seite angedeutet ist. Lässt sich bloß kürzer und etwas klammerfreier notieren hier in dieser abkürzenden Schreibweise. Wir werden auf diese Abkürzung eigentlich in diesen Folien gar nicht so sehr eingehen. Wir werden oft die explizite Form auf der rechten Seite benutzen. Wollt ihr euch das nur an der Stelle mal klarstellen. Hier und da in einem Beispiel kommt das mal vor. Hier und da werdet ihr das da draußen beim Lesen von Lambda-Kalkül ausdrücken einfach vorfinden. Die Konvention ist, dass Funktionssymbole wie hier das f tatsächlich immer curried angewandt werden. Also erstmal nur auf x und dann in einem zweiten Schritt auf y. Okay, das kann man natürlich ein bisschen weiter treiben, wenn ich eine entsprechende Klammerung habe, hier mit gleich n ausdrücken und so weiter. Dann wissen wir in Wirklichkeit, die Applikation, die Funktionsapplikation assoziiert nach links. Also sind die Kollegen hier erstmal zusammenzufassen. e1 wird also auf e2 angewandt. Was da rauskommt, das wird dann auf e3 angewandt und so weiter und so fort. Ihr seht die explizite Klammung hier auf der anderen Seite. Das ist einfach nur die Fortsetzung der Konvention, die wir in der untersten Zeile irgendwie eingeführt haben. Also Funktionen sind per Default gecurried im Lambda-Kalkül, wie zum Beispiel auch in anderen funktionalen Programmiersprachen wie Haskell, die ich schon mal erwähnt habe. Okay, was ich in diesem Video jetzt nur noch machen wollte, ist vorzuschlagen, dass wir unsere neue Möglichkeit des Quoting benutzen werden in Racket, um solche Ausdrücke des Lambda-Kalküls, wie wir sie hier zum Beispiel sehen, Lambda, Y, Y oder meinetwegen den hier, diese Higher Order Function, um die tatsächlich in dieser sehr natürlichen Art und Weise, halt mit dem Lambda-Symbol und so weiter, hier tatsächlich direkt in Racket notieren zu können. Ohne irgendwie aufwendig Konstruktoren zu benutzen, falls es sich denn irgendwie vermeiden lässt. Ich würde gerne direkt diese schöne Lambda-Kalkül-Syntax benutzen. Okay, und tatsächlich können wir das uns Racket tatsächlich leisten. Was auch mein Plan ist an der Stelle, ich gehe mal hier rüber in Racket, ist, dass wir uns die Freiheit nehmen, Ausdrücke im Lambda-Kalkül zum Beispiel so zu notieren. Das wäre die Identitätsfunktion, in der ich den Parameter Y genannt habe, wie ihr sie gerade auf der Folie 7 gesehen habt. Das wäre die Notation, die ich mir an der Stelle gönnen würde. Oder die Higher Order Function, die wir eben gerade definiert haben, die ist doch mit dem Lambda dahergekommen und dann mit einem entsprechenden Parameter f und im Body wurde dann f auf x angewandt. Okay, das ist die Notation, wie sie eben gerade Modulo des Punktes, den ich hier an der Stelle weggelassen habe, weil die Trennung zwischen Argument und dem Body hier sehr, sehr klar ist, hier durch dieses Leerzeichen. Hier brauche ich keinen Punkt, obwohl ich mir tatsächlich gönnen könnte. Wir werden aber darauf verzichten. Okay, alles klar. Das ist eine Notation für Lambda-Ausdrücke, wie ich sie gerne hier in Racket benutzen würde. Und ihr könnt euch schon denken, worauf wir hinaus wollen. Wir wollen natürlich Routinen schreiben, die dieser Syntax, dieser Notation für Lambda-Ausdrücke, auch eine Semantik, also eine Bedeutung zuordnen wird. Und das werden wir dadurch machen, dass wir Reduktionsregeln für diesen Lambda-Kalkül irgendwie entwickeln werden und auch programmieren werden. Okay. Was ich bisher, oder was ich hier an dieser Stelle irgendwie noch gerne machen würde, ist nur ganz kurz mit euch zu besprechen, wie wir Funktionen schreiben würden, wie wir Funktionen schreiben würden, die uns checken, dass eine bestimmte Konstruktion, wie die, die jetzt hier blau markiert ist, oder eine Konstruktion wie die, die hier jetzt blau markiert ist, dass das tatsächlich korrekte, syntaktische korrekte Ausdrücke im Lambda-Kalkül sind, wie sie vorhin auf der Slide 6 eingeführt wurden. Okay. Oder eine entsprechende Routine, die mir sagt, dass das hier kein gültiger Ausdruck im Lambda-Kalkül wäre. Dieses Lambda-Symbol hat schon seine besondere Bedeutung. Die wird nur in Lambda-Abstraktion angewandt, aber nicht hier in dieser komischen Form, die eigentlich aussieht wie eine Applikation oder so. Ich würde gerne Funktionen schreiben, die mir syntaktisch korrekte Ausdrücke wie den hier und den hier von den syntaktisch fragwürdigen wie den hier unterscheidet. Wenn ich so eine Funktion erstmal hätte, könnte ich mir daraus ein Prädikat bauen und eine Signatur bauen, die mir tatsächlich die syntaktisch korrekten Lambda-Therme erkennt, Lambda-Ausdrücke erkennt. Und genau das würde ich hier an der Stelle gerne noch mit euch machen. Ich würde einfach Routinen schreiben, die mir die gültige Form von Ausdrücken irgendwie checken würden. Hier ist zum Beispiel so eine Routine, die mir einfach checken würde, hey, du Stück Syntax, bist du ein gültiger Variablen-Name? Okay, Variablen werden wir, wie ich es gerade eben schon vorgeschlagen habe, einfach so darstellen. Wenn das mein Ausdruck ist, den ich so natürlich in Racket nicht auswerten könnte, aber ich könnte mir seine Repräsentation besorgen. Okay, alles klar. Jetzt wäre das auf einmal eine Liste, die da vor mir ist. Eine Liste mit drei Elementen. Und ich weiß, was diese einzelnen Elemente hier drin, die meine Variablen zum Beispiel darstellen, ich weiß, die irgendwie intern repräsentiert werden, nämlich als Symbole. Okay, also ein Symbol wie dieses Y hier, das soll ein gültiger Variablen-Name sein in meiner Darstellung des Lambda-Kalküls. Und nichts anderes werde ich hier an der Stelle checken. Du gibst mir irgendwas in die Hand, dann werde ich einfach checken, ob das ein Symbol ist, ob du eh tatsächlich ein Symbol bist. Aber bitte, bitte nicht dieses besondere Symbol des Lambda-Symbols. Das würde ich gerne an der Stelle vermeiden. Also alle Symbole, die ich mir in Racket irgendwie definieren kann, das sollen gültige Variablen-Namen in meiner Implementation des Lambda-Kalküls sein. Aber bitte dieses eine Symbol hier, dieses eine Symbol, das möchte ich an der Stelle reservieren. Das Lambda-Symbol soll nicht erlaubt sein. Okay, also eh bist du ein Symbol, dann ist es schon in Ordnung. Du darfst bloß nicht gleich unserem Lambda sein. Das sollen gültige Variablen-Namen sein. Das können wir doch gleich mal ausprobieren. Ja, mal kompilieren. Okay, Gott sei Dank habe ich dann Quote davor gesetzt. Dann gilt das hier nämlich irgendwie als, einfach nur als Repräsentation. Wurde nicht ausgewertet für mich. Sehr gut. Okay, also das hier, das wäre ein gültiger Variablen-Name. Okay, und das wäre auch ein gültiger Variablen-Name. Okay, aber das hier wäre kein gültiger Variablen-Name. Genauso wenig wäre das ein gültiger Variablen-Name. Ich möchte Variablen-Namen durch Symbole darstellen. Okay, das wäre meine var-Funktion. Okay, eigentlich ist das der Test dafür, ob das entsprechende Stück Syntax hier aus der Menge v der gültigen Variablen-Namen stimmt. Okay, was ich jetzt noch brauche, ist eine rekursive Funktion, die mir checkt, dass ein bestimmtes Stück Syntax tatsächlich ein gültiger Lambda-Ausdruck ist. Und auch das habe ich mitgebracht. Und weil das so einfach ist, habe ich mir einfach hier als Cut-and-Paste-Buffer hier drüben irgendwie vorbereitet und hole mir das einfach mal rüber. Okay. Auch dem, auch dieser Funktion, der Lambda-Term-Funktion. Term ist einfach eine kurze Form für das Wort Ausdruck. Lambda-Ausdruck, Fragezeichen. Hey, du Stück Syntax E. Bist du tatsächlich ein gültiger Lambda-Ausdruck nach der Syntax, die ich mir dafür ausgewählt habe? Ja, dann checken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal in das E rein und schauen, welche Form das irgendwie angenommen hat. Entweder E könnte eine dreielementige Liste sein. Das könnte ich mir in dem Match hier an der Stelle irgendwie checken. Okay. Eine dreielementige Liste, in der hier vorne tatsächlich das Symbol Lambda steht. Ja, und dann mache ich Pattern-Matching hier und binde den Identifier V an das entsprechende Stück Syntax, das in der variablen Position steht. Und ich werde den Identifier E1 binden an das Stück Syntax, das in der Rumpf-Position steht. Ja, dann ist es sehr, sehr einfach zu checken, was ich hier in dem Zweig irgendwie zu testen habe. V soll also ein gültiger Variablename sein. Alles klar. Und rekursiv, ja, rekursiv soll E1, der Rumpf, bitte ein gültiger Lambda-Term sein. Ihr seht, hier findet genau die gleiche Rekursion statt, wie sie auch auf der Folie 6 stattgefunden hat. Ich gehe mal ganz kurz zurück auf die Folie 6 hier. Ich befinde mich gerade in dem Fall, in dem ich mich um die Abstraktion kümmere, in meiner Implementation. Und der rekursive Aufruf von Lambda-Term-Fragezeichen entspricht genau dem hier. Ich habe eine korrekte Abstraktion vor mir, wenn der Rumpf E1 denn selber schon ein korrekter Ausdruck ist. Okay. Und nichts anderes werde ich hier an der Stelle in meiner Implementation checken. Okay. Überlegt euch, dass ich diese dreielementige Liste hier nicht auf diese Art und Weise hier hätte notieren können. Das hier ist eine dreielementige Liste, in der das Symbol Lambda vorkommen, das Symbol V vorkommen und das Symbol E1 vorkommen. Okay. Damit wären hier diese Position in der Liste auf das Symbol V und diese Position in der Liste auf das Symbol E1 festgelegt. Das ist nicht meine Intention an der Stelle. Was ich möchte, ist, dass Pattern Matching hier tatsächlich diesen Identifier V an ein beliebiges Stück Syntax binden kann, das sich hier in der Variablen Position befindet und E1 an einen beliebigen Rumpf, den ich natürlich dann hier intern rekursiv auf Korrektheit checke. Okay. Also das bitte beachten. Alles klar. Ja, ganz genau so sieht es mit der Applikation aus. Das sieht mir doch wie eine gültige Applikation aus. Das ist eine Liste, in der sich einfach nur diese Funktionen, das Argument befinden. Da bin ich schon zufrieden, wenn sich nur die Funktion und das Argument als Lambda-Term herausstellen. Natürlich beides. Darum das Ant hier an der Stelle. Auch das entspricht wieder direkter Rekursion, wie ihr sie gerade eben auf der Folie gesehen habt. Naja. Und ansonsten, ja, ansonsten komme ich in diesen Catch-all-Case von meinem Match. Okay. Das Stück Syntax V, das du mir jetzt anbietest, das muss dann schon eine Variable sein, damit das noch ein korrektes Stück Syntax sein kann. Es ist nämlich keine Applikation, keine Abstraktion. Ja, dann muss es halt eine Variable sein. Mehr Alternativen an Syntax gibt es ja überhaupt gar nicht in meinem Lambda-Kalkül. Das wäre die Funktion, die man tatsächlich checken kann, ob ein Stück Syntax, ein Stück Repräsentation eines Ausdrucks unseren syntaktischen Kriterien für den Lambda-Kalkül genügen kann. Und wenn ich erstmal dieses entsprechende Prädikat an der Hand habe, dann ist es nur noch einen Schritt weiter, um mir daraus eine Signatur zu bauen. Okay, hier kommt mein gerade eben gebautes Prädikat zum Einsatz. Das kann ich tatsächlich zu einer entsprechenden Signatur umwandeln, indem ich eine Prädikat-Signatur draus mache. Jeder beliebige Wert, jedes beliebige Stück Repräsentation von Syntax kann ich auf diese Signatur werfen. Die entsprechende Stück Syntax wird in meine Lambda-Term-Prädikat irgendwie geworfen. Nur wenn da True rauskommen sollte, ist die entsprechende Signatur Lambda-Term tatsächlich erfüllt. Ab jetzt kann ich mit Lambda-Term agieren, hier im Rest meines Files. Ganz hervorragend. Ich habe mal so ein paar Lambda-Term mitgebracht. Hier ist ein Stück Lambda-Term, das ich mir mitgebracht habe. Ein Stück Lambda-Term, das sogar sehr, sehr bekannt ist. Das ist die Identitätsfunktion. Okay, also unter dem Namen I hier, unter dem Namen I möchte ich ab jetzt dieses Stück Syntax irgendwie verstehen. Ihr seht, dass es nur Syntax ist, weil ich das Quote-Symbol davor gesetzt habe. Okay, das ist diese dreielementige typische Liste, in der vorne ein Lambda steht und dahinter einen Variablen-Name. Und hier ein gültiger Ausdruck des Lambda-Kalküls, hoffe ich, in diesem Fall selber nur ein Variablen-Name. Das ist die Identitätsfunktion, die ich normalerweise, wenn ich Alonso Church wäre, so notiert hätte an der Stelle. Okay, die ist sogar so bekannt und so wichtig, die Identitätsfunktion, dass sie ihren eigenen Namen verdient hat. Der große Name I ist im Lambda-Kalkül für die Identitätsfunktion reserviert. Okay, es gibt da eine ganze Menge von wichtigen vordefinierten Funktionen, die der Lambda-Kalkül kennt, die auch unter dem Namen Combinator oder Combinator bekannt sind. Das ist also der Combinator I. Das ist eine Identitätsfunktion. Ihr seht hier die Signatur, die ich angegeben habe. I soll tatsächlich ein Lambda-Term sein. Das ist meine neue Signatur, die ich gerade eben hier oben definiert habe. Wenn ich jetzt gleich zur Auswertung schreite und schauen wir mal, auch tatsächlich die Signaturüberprüfung aktiviere. Okay. Wenn ich jetzt gleich zur Auswertung schreite, dann wird tatsächlich diese Signatur geprüft werden und damit wird tatsächlich meine reklusive Lambda-Term-Funktion, mein Prädikat zum Einsatz kommen. Das können wir gleich mal checken hier. Und tatsächlich, keine Signaturverletzungen. Das hier ist ein gültiger Ausdruck in unserem Lambda-Kalkül. Ich habe noch ein paar mehr von diesen Combinators mitgebracht. Zwei mehr. Ja, so. Okay, da sind noch zwei mehr. Den Kombinator K und den Kombinator S. Und ihr seht, dahinter verbergen sich auch wieder nur normale Ausdrucke im Lambda-Kalkül. Das hier ist die Funktion, die zwei Argumente in Curried-Weise akzeptiert. Erst das X und dann das Y. Das Y wird entsprechend vergessen und immer das erste Argument X wird hier an der Stelle zurückgeliefert. In unserer eigenen internen Repräsentation ist das genau die hier. Ich hoffe, ihr könnt das direkte Mapping herstellen. Zwei Lambdas, zwei genestete Lambdas. Hier in dem inneren Body wird nur das X zurückgegeben, das Y ignoriert. Das ist der Kombinator K. Okay. Alles klar. Das hier ist der Kombinator S, der jetzt schon ein bisschen komplizierter aussieht. Den werde ich jetzt hier an der Stelle nicht mehr vorlesen. Das ist eine Curried-Function mit drei Argumenten. F, G und X, wie ihr seht. Und dann wird hier in dem Body einmal das F auf X, einmal das G auf X angewandt. Und ja, dann wird irgendwie auf das, aus F von X kommt offensichtlich eine Funktion raus. Lassen wir uns das mal hier highlighten. Denn F von X wird danach auf G von X angewandt. Hier in diesem inneren Body. Okay. Ein etwas komplizierterer Kombinator schon an der Stelle. Ja. Und einfach mal schauen, ob das tatsächlich auch ein gültiger Lambda-Term ist. Hier ist die Signatur, die das für uns checken wird. Sieht gut aus. Okay. Damit haben wir schon mal I, K und S hier am Wickel. Oder S, K und I, wie man so oft sagt. Zusammen sind diese drei Kombinatoren nämlich ungeheuer mächtig. Wie mächtig werden wir, glaube ich, im Rahmen eines Übungsblattes mal explorieren. Wahrscheinlich im Rahmen des Übungsblattes 13 mal schauen. Okay. Wir können natürlich unsere Lambda-Term-Prädikate auch interaktiv irgendwie benutzen. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier schauen, ob unser Lambda-Term I, ob das denn tatsächlich ein Lambda-Term ist. Ja, das ist es. Und S ist tatsächlich ein Lambda-Term. Ja, auch. Ist eine einzelne Variable nur ein Lambda-Term? Ja, auch. Ist eine einzelne Variable, wenn ich sie denn zufällig mit dem Lambda-Symbol beschreibe, Lambda-Term? Nein. Okay. Ist das hier ein gültiger Lambda-Term? Das ist die Funktion, die Higher Order Function, die wir schon am Wickel hatten in der Slide. Okay. Ist das ein gültiger Lambda-Ausdruck? Ist tatsächlich ein gültiger Lambda-Ausdruck. Das Auftreten der freien Variablen X hier macht unserem Prädikat an der Stelle überhaupt gar nichts. Damit haben das freie und gebundene Variablen sind an der Stelle überhaupt gar nicht. Und das hier, das wäre ein Beispiel für einen Ausdruck, der kein Ausdruck im Lambda-Kalkül ist. Denn wir haben uns hier für den ungültigen Variablen Namen Lambda entschieden. Und das müsste eigentlich mit Forze bewertet werden. So sieht es aus. Okay. Das ist der erste Schritt dazu gewesen, dass wir tatsächlich schon von der Syntax der Lambda-Ausdrücke hier in unserer Racket-Umgebung sprechen können. Und der entsprechende Quote, der dafür notwendig war, war minimal. Warum? Weil Racket uns schon die Möglichkeit gibt, durch die Repräsentation, durch Quoting tatsächlich schon zu einer Form von Ausdrucksdarstellung zu bekommen, die in diesem Fall dem Lambda-Kalkül schon sehr, sehr nahe ist. Wir mussten dazu eigentlich überhaupt gar nichts programmieren. Okay. Hervorragend. Das ist der erste Schritt. Wir werden uns in den nächsten Videos der Semantik, der Bedeutung dieser ganzen Ausdrücke irgendwie nähern. Da werden einige Dinge wieder auf den Tisch kommen, die ihr schon kennt. Einige neue Aspekte werden auf den Tisch kommen. Wird eine super spannende Sache werden. Ich hoffe, ihr bleibt am Ruhr. Alles klar. Wir sehen uns dann im dritten Video in Chapter 13. So long. Hau rein.